Wie ist es denn bei euch? Seid ihr eher Fraktion Schenken oder Fraktion, wir schenken uns nichts? Also ganz klar Team Schenken. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns was schenken. Und ich muss sagen, diese moralisierte Askese von den Leuten, die sagen, wir schenken uns nichts, wir spenden lieber was. Ich schenke uns ein Jahr. Das geht mir unheimlich auf den Geist. Und was noch schlimmer ist, die Leute sagen, ich habe doch schon alles. Also wer wirklich glaubt, der hat schon alles, der hat einfach keine Fantasie. Schenken hat damit zu tun, dass man sich riskiert. Das hat was zu tun mit der Beziehung. In dem du dir zum Beispiel überlegst, was könnte der Person gefallen, wo könnte sie noch über sich hinauswachsen vielleicht auch. Und versuchst, ihr etwas zu Liebe zu tun und auch zu signalisieren, ich bin dir nah, ich schenke dir etwas und zeige dir damit, du bedeutest mir etwas.